Ja, so hallo herzlich willkommen zurück zu Sharnaros Apocalypse. Letztes Mal zu viert haben wir das leider nicht geschafft. Diesmal sind wir zu sechst mit Bohm, Edding, Murky, Steffen und Obi. Hallo. 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 Günndorch. Wer jetzt hier wäre, das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall der coole Polizist mit dem geilen Bart ist Obi, das habe ich mir gemerkt. Und sonst kann es losgehen, ne? Oder? Ist das Regular oder Veteran? Regular. Okay, ja machen wir einfach mal Regular. Wer hat jetzt noch nur eine Bandage statt zwei? Wo sehe ich das nochmal? Ach, das geht ja nicht mit E. Ich habe noch gar keine Bandage. Ich habe gar keine. Wer ist gar keine? Ich habe keine, ja. Ich glaube ich habe auch keine. Ich habe auch keine. Jetzt kommt es alle an. Also mindestens eine müsstest du dir eigentlich machen. Ja, also ich habe von jedem Dingen zwei, eine gegeben. Okay. Nicht bescheißen. Nee, ich habe eine Glock mit drei Magazinen. Nicht bescheißen. Durch und rechts am Bildschirm. Ich habe eine M9 mit sieben Magazinen. Ach, ich habe zwei Bandagen, alles klar. Und ein Kompass. Steht unten rechts am Bildschirm, nicht im Mittel. Und ein Radio. Ach so, ja, ja, dann habe ich auch zwei. Total verpeilt. Ja, ja, ich auch. Dann müssen jetzt alle kommen. Oh, ich habe jetzt drei. Behalt. Beschiss. Da. Also ich habe nichts. Na ja, gut. Wer ist nichts? Ich, boom. Äh, ich bin der. Bin ich auch mal gespannt, ob wir das diesmal auf der Sechst auf die Kette kriegen. Bin ich auch mal gespannt. Also ich habe nur, äh, Granatwerfer, ne? Ja, du musst deine Granaten aufheben für nachher, wenn tausend Millionen Zombies kommen. Ja. Alles klar. Dann killst du uns alle mit. Durch dich. Ja, ich hoffe nicht. Wie wenigst du so eine Bandage aus dann eigentlich? Hochhinder schießen, ne? Mit Mausrat. Vorne ist schon einer. Die Zombies sind aber nicht wie ein Daisy, ne? Die sind hier sehr viel mehr aggressiver. Ja, Freischläge, ne? Oder rechts auch ein Zombie. Ja. Okay. Ich habe die geilste Overport-Waffe hier von allen. Ach, ne. Was hast denn du, Ubi? Was hast du in der Hand? Ich komme dran, Erntenwerfer. Okay. Stimmt, ja. Und die Zombies haben nur Loot, wenn die irgendwie so komisch am Glänzen sind. Glitzand. Ja, genau. So weit habe ich die Folge auch geguckt. Ich habe das Gefühl, das ist heller wie beim letzten Mal, oder? Habe ich auch. Ja. Ach, ja. Ich habe auch Brightness auf alle Pulle. Die Uhr haben wir ihn. Kurz vor sechs. Habe ich auch. Ich laufe dem Sunny nach. Das ist am besten. So. Wo ist denn der Rico? Ah, der Rico ist der Soldat, ne? Ich komme mir gerade an. So eine Feuerkraft, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich kann jetzt in die Außensicht wechseln. Ich bin der, mit der Pumpe hier, der Dicke. Der Große. Ah, ja, genau. Dann haben wir hier den arabischen General. Wer ist das? Wer kommt da als letztes in den Ubi an? Glaube ich. Na, wer denn wohl? Ach, natürlich. Der Bulle. Ich bin hier der Diktator. Gut. Der Urban ist der Bulle. Genau, ja. Ja, okay. Jetzt sind wir hier den ganzen Kreis und gucken wir uns an, wie schön wir doch sind. Ringelpilz mit anfassen. Ja, klar. Ja. So, dann laufen wir mal. Ja. Vons ist jetzt keiner derjenige, der eine Karte hat, ne? Nö. Genau, wir haben nicht den Reporter. Der hat eine Karte. Gut, habt ihr gesagt, brauchen wir nicht. Ja, ich würde auch nicht mit einer Kamera hier rumlaufen. Richtig. Richtig. Woher müsst ihr jetzt, wo ihr lang müsst eigentlich? Ähm, wir haben alle einen Kompass und wir müssen nach Nord-West. Aha. Dann noch mehr. Genau, richtig. Genau, und wir haben die Mission natürlich schon mal gespielt, deswegen wissen wir jetzt sowieso die Richtung. Achso, okay. Habt ihr das schon mal geschafft? Äh, nee. Nee. Zombie? Ich höre einen Zombie. Ich weiß auch nicht. Ach, das ist ein Zombie. Ach, das hier. Der hier. Der hier. Da rennt noch eine Menge drin. Ich kann nicht schießen. Ja, wo rennt? Es sind zu viele. Ich schieß doch mal. Okay, dann. Soll ich? Das läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Sag mal, ihr rennt alle jetzt. Oh mein Gott. Oh, fuck, da ist noch ein Zombie. Das stimmt nicht. Leute, ihr haltet nur drei Schläge aus, ne? Oh, fuck, ich hab schon zwei Schläge gefangen. Ich ziehe jetzt ja gleich. Aua, nicht auf mich schießen. Hier sind Zombie noch zwischen uns, ne? Nehmt ihr euch. So, den Hammer. Kannst du mich bitte heilen? Ja, wurde jetzt alles getroffen. Ich hab zwei Hits gefangen. Ja, dann banagier dich mal. Oh, G-17 Magazin. Hat jemand G-17 das Zombie fallen lassen? Yes, S-A-61 Magazin. Banagiert mich jemand? Nee, ne? Okay, mach selber. Riecht das irgendwo? Wer geht denn dann auf den Tower hoch? Ich würde mal sagen, alle banagieren sich immer selbst. Ja? Ja. Und ähm. Geht das? Ja, Mausrad. Mausrad runter. Ach na, ja, Mausrad, genau. Und Banagen-Count hast du unten rechts. Ja, das hab ich gesehen. Drei Stück. Okay. Da vorne kommt doch, glaub ich, immer so ein Moa-Monster, ne? Ja, hier vorne. Ja, hier vorne. Ich hab'n Kili-Suit. Ja, genau. Ja, man müsste eigentlich mal absprechen, wer wann schießt, aber ich glaube, das ist bei sechs Leuten wieder schwierig. Ich schieß mal auf den Typen jetzt hier, der aus dem Sohn kommt. Ich halt mich einfach zurück. Wenn er denn mal kommt hier. Da ist er aber schon. Ich seh'n da rumflabber. Da ist er ja. Ja. Okay, jetzt ist er hinterm Baum, jetzt seh' ich ihn nicht mehr. Ja, aber da rennt jemand anders hinterher. Ja, er läuft jetzt hier rechts rum. Ich hab da einfach mal... Gott. Ah, da ist er. Gut, dann bin ich nicht verwundet. Das sieht man. Und bis rechts unten siehst du Kratzer, wenn du verwundet bist. Eins, zwei und beim dritten bist du tot. Genau. Nö, Kratzer hab' ich keine. Alles klar. Gott. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder so langsam? Weil du doppelt wie dir wahrscheinlich rennst, oder? Ich weiß nicht. Der alte Mann. Du ähm... Du läufst geduckt. Du äh... Du läufst geduckt. Lol. Aber ich bin... Ich bin in der Ego. Ich hab das jetzt überhaupt nicht gesteckt. Boom, der alte Verpeiler. Ah. Ja, der macht's richtig. Der schniegt sich hier wieder ran. Ja, genau. Fünf Leute rennen vorweg und erst geht hinterher. Das war ja. Nicht schlecht. Das übliche Halt. Hm. Dings Zombie. Wo? Wo? Ja, dahinten, dahinten. Boom. Jetzt kommt er. Ach, da kommt er. Warte. Ich schieße. Boah. Sehr schön. Okay. Käse. Ja, dahinten ist noch einer raus. Ach, sehr schön. Alles muss man selbst machen. So, jetzt weiß ich langsam nicht mehr wohin. Geradeaus, ne? Äh, ja. Folge mir mal hier. Ich hab hier diesen Armee-Cappy. Ich lauf dem Polizisten grad hinterher. Ich hoffe, der Polizist läuft dem... Ja, mach ich. Jetzt lauf nicht alle dem hinterher, der keine Ahnung hat am besten. Ich hab... Oh, jetzt hab ich ja. Ich hab... Oh. Hier noch, äh... Adobe Master hätte ich schon. Ja, du haustest ja auch nicht den Server. Achso. Ein bisschen zu wenig. Ich höre einen Zombie. Ich sehe vier Leute da vorne und wir zwei kommen hier hinten jetzt an. Ja, ne, aber ich... War im Lack auf jeden Fall. Ich schieße rechts auf den Zombie. Okay. Ach, scheiße. Das ist ja wieder das geile Öffnete Brie. Hinter euch. Oh. Oh. Jetzt nicht auf mich schießen hier, ja? Rechts Zombie. Doch nicht. Das Boom. Moment, ich geh mal kurz ans Auto hier. Oh, Makarov-Magazin für mich, sehr schön. Und ein AK-Magazin ist da drin. Mach mal das dann. Wer geht auf den Turm? Ich brauch keinen AK. Ich hab ihn noch mal... Jemand, der keine Waffe hat. Aber ihr habt alle, ne? Ähm... Rico hat keine Zweitwaffe. Ich hab... Ne. Ich hab auch keine Zweitwaffe. Dann gehst du auf den Turm, weil... Ja. Irgendeiner, der keine Zweitwaffe hat. Der geht auf den Turm, weil da gibt's ne SA-61. Ich hab auch keine Zweitwaffe. Du hast doch ne... Ihr habt doch alle... Ihr habt aber alle ne sekundäre Waffe. Das heißt, ihr müsst die Pistole. Ne Pistole. Ach, das weil der keine Pistole hat. Ja. Genau. Ne, Pistole habe ich. Dann geht Obi hoch. Ich hab nur Granatwerfer. Ja genau, dann geh du hoch und nimm das Ding mit. Ich glaube, Zombie sind da her. Ein Zombie. So, da hinten, ja. Nachzügler. Zwei Stück. Ja. Links kommen noch zwei Stück. Ah, da kommen welche aus dem Wald, ja. Oh je. Links weiß ich. Hat da noch jemand, irgendjemand eingeladen? Also jetzt... Aber den kann ich ja machen. Versuchen wir. Hier. Darf ich zu verarschen? Ich hab den nicht getroffen. Ich hau den die Pumpe genau in die Brust rein. Von Meter Entfernung und... Jetzt hab ich nen Schaden gekriegt, verdammte Scheiße. Endlich noch einer. Oh, Munition leer. Drift denn jetzt hier keiner, oder was? Schieß doch jemand ab. Ich bin grad am Bandagieren. Ich bin grad am Bandagieren. Ey, das ist unglaublich. Ihr seid ein paar Profis. Das ist damals. Stell mich hinter fünf Leuten. Kommt noch einer. Der kann bei euch vorbei. Ja. Ich hab's doch geschafft mit dem Bandagieren. Okay. Verschwinde jetzt keine Munition, ja? Ja, der zieht... Ah, jetzt kommt er. Ja, erst schießen, wenn die ganz in der Nähe sind. Sonst trefft ihr die doch nicht. Ja, aber was soll das? Warum treff ich nicht? Ich hab den so... Hier am Ziel. Ja komm, lass doch weiter gehen. Kann man weiter gehen? Ja. Ja. Ah, ja, ja, jetzt kann er was werden. Der kommt jetzt auf uns zu. Ja, Naros. Das sieht so bescheuert aus. Alter, der ist nicht tot, lol. Ich muss jetzt so ein bisschen in den Lauf reinschießen, ne? Ich muss jetzt so ein bisschen in den Lauf reinschießen, ne? Da gibt's noch einen... Ja, da gibt's noch einen... Also wenn er das nicht bald hinkriegt, dann fange ich an zu schießen. Also wenn er das nicht bald hinkriegt, dann fange ich an zu schießen. Ey, du, noch erstens. Was hältst du denn aus? Was hältst du denn aus? Hey? Ich halte den Schießen. War nicht... Der hat schon vier Schuss von mir passiert, oder so? So. Ah, klar. Jetzt hab ich jetzt... Dann geh natürlich die Munition weg. Ehrlich. Also ich hab... Ja, wenn jemand Pumpmoni sieht, dann bitte mal melden. Moment mal... Ich hab ja nur Flair-Granaten. Was bringen mir die denn? Oh, was? Keine Ahnung. Ja, Uri, dann geh nur auf den Furnetz, klar. Ja, Uri, dann geh nur auf den Furnetz, klar. Vielleicht lenken die die Zombies ab. Man weiß es nicht. Können wir gleich testen am Airfield. Hm. So sieht's aus. So, den hab ich. Hier ist ja schon die erste Munitionsbox, ne? So, ich schnapp hier mal die Salga. Bin mal so dreist. Kann man von euch auch hier noch ein bisschen, ne? Ne. Natürlich nicht. Ups. Ist da Pumpen-Munition drin für mich? Muss du mal reingucken. Hm. Ähm, Uri, auf den Turm bitte. Oh, Telka. Seh ich schon. Oh ja, oh ja. Und da liegt der Polizist oben. Und wenn du den nicht looten kannst, dann musst du einmal... Irgendwie mit deiner Waffe was machen. Weil das ging schon mal bei mir nicht. Dann musste ich erst die Waffe einmal ablegen und dann nochmal nehmen und dann konnte ich die an. Und in der Kiste sind vier Magazine für dich. Ach, die wollte ich ja gar nicht. Entschuldigung. Jemand AK-Muni? Nehm ich einmal mit. Sind da noch drin alles. Mitnehmen, was wir können. Na toll. Ich kann keine... Ich kann die Muni nicht mit einpacken, weil ich 8 Granatwärter-Munition drin habe. Hier vorne an der Kiste ist eine neue Munition drin. Die brauchst du, ne? Ja. Ja, ich habe aber voll... Ach, na warte mal. Warte mal. Ich kann auch nicht immer ein halbleeres weg tun. Ja, das kann ich. Hier. Ah, der hat noch eine Map. Hier oben. Ja, die Map brauchst du auch. Darum geht es hier auch. An der Stelle. Gut. Das Radio. Objektive complete. Hast du schon, oder? Ja, habe ich schon. Okay. Ja, dann geht es weiter jetzt. Ja. Warten bis der Obi runter gekrabbelt ist. Eben. In der Kiste hast du noch ein Magazin für dich. Probern. Oh. Genau. Da ist noch SA61 drin. Mhm. Wie er da drauf geblieht. Jo, erstmal auf die Kiste setzen. Hast du ja eine, hier hat es ja noch 4. Ja. Kannst du mir noch eine Bandage eben geben, vielleicht? Wie flachst du denn noch? Eine. Ja. Haben wir glaube ich alle. So. Wir haben vier Granaten und vier Magnaten. Ich habe auch nur noch eine. Reicht das erstmal? Oder muss ich auch eine abfallen? Ja. Ich habe zwei. Wie viel hast denn du noch? Ich wurde auch noch nie getroffen. Ja, ich wurde ja einmal getroffen. Schon wieder jetzt hier im Ping. Ich auch. Ja. Lass mal weiter gehen jetzt. Ich habe noch drei. Ja. Ich habe jetzt nur eine. Na ja. Na ja. Ey. Da blockt er mich. Wie viel hat der Sunny immer acht Stück, ne? Glaub ich, oder? Einen noch. Ich habe alle verteilt und eine selbst noch brauchst. Okay. Achso. Habe ich acht gehabt, ja. Ja. Ich habe noch, äh, drei Stück. Also wenn es mal ganz hart davon kommt. Okay. Der Sunny hat noch einen. Passt auf, jetzt konnten hier links oder rechts, konnten jetzt Zombies rauskommen. Ja, lass mal ein bisschen auseinander vielleicht laufen. Nicht so krass als Mob hier. Ja. Ja. Bei DC wäre das gefährlich hier. Hinter euch kommt einer links. Links hinter euch. Ja, da. Pass auf, pass auf. Boom. Boom. Boah, ich finde nicht, dass er auf mich schießt. Boah, ich finde nicht, dass er auf mich schießt. Ja, super. Ja, ein Hit ist noch nicht so schlimm, aber ab zwei würde ich dann schon... Okay, machen wir das jetzt mit dem Airfield dann wieder reinrennen bis zum Tower? Ja. Ja, kein Rushen. Bei besetzen die Ecken und die anderen quetschen sich dazwischen würde ich sagen. Ja, ich würde sagen pro Ecke... Oh, hier kommt einer von links. Links kommt einer. Zombie. Von hinten kommt auch einer. Boah, fuck. Wo? Ey, wie hat der mich jetzt getrocknet? Ach da. Boah. Der geht kein Risiko ein hier. Der ist mehr wie toll. Hier kommt auch einer von unten nach oben. Ach da. Siehst du, hab ich gar nicht gesehen. Jetzt glaub ich.